In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine VLAN-Schnittstelle bei der LanCom R&S Unified Firewall einrichten. Loggen Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten ein. Als erstes legen wir das VLAN-Interface an, damit dieses später unter Verbindungen konfiguriert werden kann. Über das Pluszeichen können Sie ein neues VLAN-Interface anlegen. Hier müssen Sie das Hauptinterface angeben und die VLAN-Tag-ID. Auch eine spezielle MTU könnte gesetzt werden, aber in unserem Beispiel lassen wir es auf 1.500. Wenn Sie das VLAN-Interface angelegt haben, können Sie eine Netzwerkverbindung mit IP-Adresse konfigurieren. Dazu klicken Sie auf das Pluszeichen und vergeben der Netzwerkverbindung einen Namen. Dann wählen Sie unter Interface das neu erstellte VLAN-Interface aus. Der Typ des Interfaces könnte Static oder DHCP sein. In unserem Beispiel nehmen wir den Typ Static und konfigurieren damit eine statische IP-Adresse. Als letzten Schritt erstellen Sie ein neues Netzwerkobjekt auf der Desktop-Oberfläche. Nach diesem Schritt können Sie die Firewall-Regeln oder DHCP-Server-Einstellungen wie gewohnt einrichten. Jetzt müssen Sie nur noch auf Aktivieren klicken, um die Einstellungen auf Ihr Netzwerk zu übertragen.